Weiter geht's mit Deus Ex und langsamer kann man dieses Spiel wahrscheinlich gar nicht spielen, als so wie ich das jetzt gerade spiele. Ich bin noch nicht mal aus dem Haus raus, in dem Adam wohnt. Aber schon coole Sachen gefunden. Es macht echt Spaß, wie detailverliegt das ist. Ich verarsche dich nicht, Eva. Aber die Dinge müssen sich ändern. Ich habe jetzt Connections. Ich habe die Dwellys. Mann, wir können die ganze Operation völlig neu aufziehen. Wir geben den Dwellys nur 20. Mehr nicht. 20% garantieren, dass Neon die Top-Droge in ganz Europa wird. Für diese Reichweite sind 20% gar nichts. Also, ich bringe die Dwellys und nehme 50% vom Rest. Das ist nur fair. Ich bringe die scheiß Dwellys, verdammte Scheiße. Dafür steht mir ein größerer Anteil zu. Scheiße. Sieht ja lustig aus. Das sind hier wahrscheinlich die Drogen. Oh, er ist bewaffnet. Die A eingesammelt. Schauen wir mal, was er sagt. Vielleicht ist da ein Passwort drin. Ah ja, tatsächlich. Es gibt Gerüchte, dass etwas nicht stimmt. Dass jemand hinter unserem Rücken mit Neon dealt. Denkst du, es ist Ivan? Ich habe dem Kerl nie getraut. Egal, ich habe zur Sicherheit das Passwort für unseren Computer in Dobranok geändert. Wenn ich wegen Ivan was unternehmen soll, sage einfach Bescheid. Das wird doch wohl hoffentlich nicht große Kleinschreibungen beachten, oder? Das war doch so, oder? Ja, richtig. Geil. So, von Ivan an Bonbon. Hinter unserem Rücken. Ich glaube, ich habe eine Spur, wer hinter unserem Rücken Stoff vertickt. Apartment 202 33. Siehst du, Viertel. Ein paar Kids haben davon gesprochen und Neon-Nächte erwähnt. Ich habe unsere Unterlagen gecheckt. Wir haben nie dorthin geliefert. Wo immer die ihr Zeug herhaben, von uns kommt es nicht, Ivan. Okay, ist interessant. Ich muss ja nicht dieser Apartment mal finden, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt in diesem Haus ist. Ich habe hier eine Nachricht von Tschernobok erhalten. Wir sollen große Mengen Neon aus der Stadt schaffen und er sagt, ich soll mich an dich wenden. Also mache ich hier mit offiziell eine Bestellung. Sechs Kisten Neon in meinem Lagerraum. Du weißt, welcher es ist. Ich bringe das Zeug dann über die Grenze. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Lass da. Was hier noch? Das heißt, deine Umsätze entsprechen nicht der Menge an Neon, die im Umlauf ist. Man sagt, du köpfst entweder was ab oder verteilst das Produkt gratis. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Also frage ich mich, woher kommt das zusätzliche Neon? Die Dvales haben nach ihrer Übernahme des Labors die Produktion in der Hand und du solltest den Vertrieb in der Hand haben. Wenn Tschernobok rauskriegt, dass die Zahlen nicht stimmen, bist du der Hauptverdächtige. Sei vorsichtig, Roman. Also hier ist irgendwie eine Drogenoperation am Start. Die Frage ist, sollte ich hier weiter versuchen, was zu machen? Oh. Und. Mach lieber nix. Doch kann ich den nicht überwältigen. Würde ich sagen, ich ziehe mich hier erstmal an der Stelle nochmal zurück. R-Zone verlassen. Können wir später immer noch zurückkommen und schauen, was da Sache ist. Dem sprechen wir gleich. Das ist schon mal nicht das Ding hier. Weil es dreistellige Zimmernummern sind. Ich höre im Schlaf Explosionen, Mann. Als würde es immer wieder passieren. Und es wird erst aufhören, wenn die Stadt zerstört ist. Wenn die Welt zerstört ist. Sie sagen, es war die Ark. Aber es könnte jeder sein. Das Mädchen an der Ecke. Der Lieferbote. Sie! Gehen Sie weg! Achso, ich wollte hier mal mit ihm sprechen. Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Bei ihm kriege ich alles. Und hier passe ich aber lieber auf, was ich mache. Denn die sehen mich so superfrei. Das sieht so aus, als könnte man eine kaufen. Du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Könnte interessant sein. Ich verkaufe Waffen. Ja, habe ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Ah, okay. Da kaufen wir doch mal ein bisschen von dem Scheiß, den wir hier eingesetzt haben. Äh, das kann man, glaube ich, verkaufen. Einfach so. Hm, Stammprozessor können wir auch einfach so verkaufen. Ist das? Das hydraulische Mikropumpe können wir auch verkaufen. Hm, absinnt. Komm, verkaufen wir auch. Ist noch Platz weg. Pusen wir die Gas- und Tauchgranaten mal irgendwann. Schwierig. Halt auch einfach viel zu viel Waffen dabei. Die kriege ich, ey, die kriege ich doch nachher nochmal wieder, das Zeug. Bin ich nachher bei irgendjemandem. Das brauche ich nicht. Gehen die normale Pistole und dann ist gut. Hier. Schienengewehr, Pistole, Munition. Da finde ich garantiert noch mehr als genug. Einen Revolver habe ich nicht mal. Oder gilt das als Revolver? Das ist eine Pistole. MP-Pistolen-Munition. Normale Pistolen-Pistolen-Munition. Das ist das für das Täubungs-Ding. Das ist, glaube ich, Standard-Gewehr-Munition. Panzer-Brechende-Munition. Aber ich habe ja nicht mal ein Gewehr damit. Im Kampf bin, kriege ich schon noch genug. Also glaube ich nicht, dass das jetzt hier das Ende vom Lied ist. Elektroschock-Pistole braucht doch wahrscheinlich hier das Zeug, oder? Munition, hätte ich jetzt gedacht. Oder ist das hier Elektroschock-Pfeile? Zählt das als? Muss ich mal nochmal angucken, wo es reingeht. Trot-Munition. Zack, raus. Damit sammeln wir erstmal ein bisschen Zeug. Ha, Bier weg. Das behalte ich mal, weil das vielleicht doch irgendjemand eingetauscht haben möchte. Aber Revolver-Munition können wir auch auf jeden Fall erstmal weghauen. Zack. Das passt. Multitool behalten wir mal. Kaufen wir mal kurz. Was können wir denn hier machen? Zubehör-Teile. Zubehör. 100 Teile. Oh, das ist aber teuer. Munition, Standard-Gewehr. Okay, Standard-Gewehr. Das ist alles für die... Okay, das gibt normale Munition. Dann ist das hier für die... Das ist für den Schocker, glaube ich. Das sind Schrot-Munition. Nano-Kling-Munition. Das ist... Was ist das für, wenn ich jemanden tödlich weiße? Tesla-Patron. Okay, keine Ahnung, für was das jetzt ist. Volver-Elektro-Schock-Fall. Zenith-Z-AP. Muss mal gucken, ob das auf mein Ding Zenith-Z-AP heißt. Ding. Zelle, Praxis-Kit. Nicht genug Credits. Damit kriege ich dann noch Upgrades und Waffen. Laser-Ziel-System. Vierfach-Ziel-Fernrohr. Standard-Gewehr. Ach, das ist ein Standard-Gewehr. Okay, das kriege ich schon noch irgendwoher. Pistole habe ich schon dabei. Oh, eine taktische Schritte kriege ich. Nehme ich doch ein Laser-Ziel-System. Ja, damit. Ja, gute Wahl. Sehr verlässlich. Im Moment nicht. Ich habe noch mehr Ware. Aber hier komme ich jetzt überall nicht weiter. Und das Geld nehme ich lieber nicht. Lieber nicht. Ja, da gibt es bestimmt dann irgendwann einen anderen Weg. Den. In der Nähe vom Waffenhändler klaue ich keinen Geld. Das wäre jetzt zugefällig. Aber hier können wir mal gucken. Schauen wir doch mal. Boah. Oh, okay. Ich dachte gerade, es stürzt ab. Also, gucken wir doch mal kurz rein. Ob wir das Ding anpassen können. Also genau, wie heißt die jetzt? Die heißt... Ach doch, dann sind das doch die Pfeile für das Ding. Was sind denn die hier? Wofür ist das jetzt dann hier? Projektierung aus Flüssigkristallen-Elekt... Das ist für die, ähm... Das ist für meine... Das ist noch aus dem Anfang. Das hätte ich benutzen können. Das ist für eine Augmentierung, die aber momentan... Die Goldhaar gar nicht dabei ist. Die ich gar nicht aktiviert habe. So, und den kann ich jetzt hier einbauen, ne? Ah, ha! Okay. Oh, schwierig. Nehme ich den für die, für die Waffe oder nehme ich den für die Pistole? Ich würde den Laserpointer ja fast lieber für die Pistole nehmen, weil die lautlose Waffe, die werde ich wahrscheinlich öfter eher benutzen, wenn ich mal irgendwie hinter einem stehe oder so. Pack das lieber auf die Pistole rauf. Oh, man kann hier ihn vollautomatisch umbauen. Das ist ja geil. Hier noch den Schaden. Verfügbare Teile. Munitionskapazität. Redenz. Ja, noch stärker erhöhen. Ich mag ja total so, äh, äh, äh. Ähm, so kleine Handfeuerwaffen entspielen. Das finde ich aber irgendwie ganz cool. Also, gleich ein ganzes Gewehr. Also, entweder ein Automatikgewehr oder so eine einzelne Pistole. Äh, mochte ich aber mit meiner GTA-Figur auch immer am liebsten. Naja. Natürlich auch nicht. Ach, hier ist der Maschinengott. In unseren Körpern, unseren augmentierten Körpern, liegt unsere Erwesung. Niemand kann das ertragen. Wir... Suchender. Sind Sie bereit für den Aufstieg? Sie haben den falschen Mann. Nein. Ich sehe Ihre Reinheit. Sie sind schon ganz nah. Und die Singularitätskirche des Maschinengottes führt Sie den Rest des Weges. Ihre Kirche führt mich sicher nicht dorthin, wo ich hin will. Jeder von uns hat Bedürfnisse, die nach Aufmerksamkeit heischen. Die erfüllt werden wollen. Wir haben kaum Zeit für die Frage, was jenseits dieser erbärmlichen Welt liegt. Und Sie haben eine Idee, was das sein könnte? Ich bin nur ein Diener, der die Botschaft verbreitet und den Hoffnungslosen Hoffnung anbietet. Und die Lehren der Kirche leiten mich dabei. Was wollen Sie wissen? Diese Singularitätskirche des Maschinengottes, ist die nur für Augmentierte? Die Mutter sagt, nur die Beschenkten werden aszendieren. Die Fleischgebeugten hat sie aussortiert. Sie sind also zum Rekrutieren hier, zur Verstärkung ihrer Reihen. Und mehr. Der Baumeister lebt an diesem Ort. Der Träumer unserer Aszension. Verstoßen nach dem Willen der Mutter. Lassen Sie mich raten. Er ist ein Fleischgebeugter. Nein. Er hatte nur eine Glaubenskrise. Aber ich bin nicht so blind wie andere. Er war ein Freund, ein Mentor. Ein Führer unserer Kirche. Manche erinnern sich noch. Haben Sie weitere Fragen? Ich habe oben Ihren Baumeister gesehen. Es geht ihm nicht gut. Das hatte ich befürchtet. Sein Fleisch wird schwach. Genau wie sein Glaube. Vielleicht hatte Mutter Recht, ihn zu verstoßen, bevor er die Aszension beflecken konnte. Er spricht nicht für Ihre Kirche, wenn sie jemanden verstößt, weil er Fragen stellt. Sowas bremst die Nachwuchsrekrutierung. Ein Auserwählter hält Wache. Mehr kann ich nicht tun. Josephs Leidenschaft ist Gift geworden und das Fleisch ist schwach. Sonst ist nicht zu sagen, Suchender. Haben Sie noch weitere Fragen? Ach, das ist ja geil. Das ist der Typ, den ich in mein Bett gelegt habe. Hahaha. Adam Pop mit dem Papst. Erzählen Sie mir mehr über diese Aszension. Unser Geist verlässt seine Hülle und verschmilzt mit dem göttlichen Bewusstsein des Maschinengottes. Das ist die Aszension. Es klingt, als wollten Sie eine Kopie Ihres Gehirns in einen Computer hochladen. Ich dachte, das geht noch gar nicht. Dank dem Baumeister schon. Aber es ist viel mehr als eine simple Kopie. Es ist eine Übertragung. Joseph nannte es eine Evolution des menschlichen Seins. Haben Sie weitere Fragen, Suchender? Ich hätte noch Fragen, aber das Systeme laufend nicht. Moment, recht. Vielleicht ein anderes Mal. So sei es, Suchender. Ich bin hier, wenn Sie Fragen haben. Das ist ja schon mal super, was es für kleine Mini-Geschichten gibt. Und dann, Deportation nach Utulek? Nein, ohne Grund können die dich nicht rauswerfen. Sei nicht naiv. Sie haben einen Grund. Rusika. Für die bin ich kein Mensch mehr, nur noch ein Optiker. Und wir sind alle verantwortlich für den Anschlag. Ich glaube, du übertreibst. Das ist nur die Angst. Auf beiden Seiten. Ganz ehrlich, diese Kirche wird immer attraktiver für mich. Die haben anscheinend Antworten. Vielleicht gewähren sie uns Zuflucht. Verlass dich nicht drauf. Diese Kirche ist nur ein Kult. Ganz egal, was die Missionare von denen alles sagen. Sie wohnen oben, oder? Da besteht noch keine Gefahr. Die werfen sie nicht raus. Ich wette, sie werden wegen der Anschläge nicht behelligt. Obwohl sie bestimmt eher damit zu tun haben als ich. Nichts für ungut, aber ich will nicht mit ihnen gesehen werden. Jetzt, wo diese Kultisten rumhängen, tja, dann wünsche ich mir fast, dass ich hier rausgeworfen werde. Die Kirche des Maschinengottes gibt nicht vor, alle Antworten zu kennen. Nimm dein Schicksal in die Hand, Bruder. Und ihr werdet... Schließen Sie sich uns an, Bruder. Sie sind ein Beschenkter. Werden Sie im Maschinengott eins mit uns? Ich habe nach Erlösung gesucht. Der Maschinengott ist ein Teil von uns. Ja, hallo. Der Maschinengott ist weise. Schließt euch uns an. Manchmal ist doch ein Erz. Die Kirche bietet allen augmentierten Post, Bruder. Mehr gibt es da nicht zu holen. Dankeschön dafür. Oh, was du denn? Obdachlos. Nicht mal in der schlimmsten Gegend der Stadt kann ich mir ein Dach über dem Kopf leisten. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Und da bin ich nicht stark genug, um es vielleicht einzuschlagen, wenn man sowas einschlagen kann. Aha, geraucht also immer noch. Du, ähm, du hast irgendwas an dir und ich bin verzweifelt. Ich mache alles, was du willst, Mann. Keiner erfährt was. Ich mache alles, was du willst, Mann. Keiner erfährt was. Ach, das ist ein paar Situierte, okay. Kartenmenü. Äh, zeigt wichtige Orte und auch in der Händler, Kandidationszugänge und U-Bahnhöfe. Kann man aufs Kartenmenü wechseln. Ich habe... Kann ich nicht bewegen? So, ordentlich aus, als wäre irgendwas da drunter. Geht's in die Kanalisation, okay. Kann ich denn hier irgendwo noch weiter hoch? Schauen wir doch mal auf die Karte. Was die sagt. Ach, habe ich doch einen... Hä? Wo habe ich denn eine Neon-Mission bekommen? Ach, das ist hier... Diese Neon-Geschichte ist schon tatsächlich eine Mission, die da, um rauszukriegen, okay, wer bringt noch außer denen noch Neon in die Stadt? Aha. Zirkfahren. Achso, ich wollte auf die Karte mal schauen. Schauen wir doch mal. Also, Adam Jansons Apartment ist hier. Wie riechen das Ganze? Ich kann's gar nicht drehen. Stockwerke umschalten. Zählen Apartment waren früher Luxuswohnungen, haben aber in letzter Zeit sehr unter den harten Zeiten gelitten. Seit dem Zwischenfall ist die Gegend rund um dieses alte Gebäude verfallen und baufällig geworden. Sie sind innerhalb von zwei Jahren ist das jetzt verfallen und baufällig geworden. Okay. Na ja, wollen wir mal nichts sagen. Das ist, glaube ich, der Händler, bei dem ich gerade schon war. Ah, das ist das Apartment. Hier hinten raus. Laden zu sein, die Straße entlang. Und hier ist ein Fluss, oder wie? Sieht ein bisschen so aus. Ah, hier ist das Hauptquartier von dem. Hier kann man dann wegfliegen. Im Gebiet. Okay, verstehe. Hier ist ein Argumentierungsspezialist. Ah, das ist der Antiquitätenladen. Ich sehe auch so langsam durch, weil ich war schon mal so ein bisschen in der Gegend. Und Bücher des Maschinengots ist hier drin. Ah, Minimarkt. Bar. Hier ist dieser komische Platz. Hier ist die Vorbereinstation. Ja, ich entsinne mich so langsam, wo das alles so ist. Ist dieser lustige Stein samt Felsen. Diese Avantgarde-Skulptur ist eine Marge an die Samtenrevolution und soll daran erinnern, dass eine Stadt, die ständig unterdruckt wird, nur so stark ist, wie ihr schwächstes Gelieb. Okay, verstehe. Ist für euch jetzt, wer das vielleicht noch nicht irgendwie so weit jetzt gesehen hat, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Karte hat natürlich jetzt durchaus gerade schon eine ganze Menge Sinn ergeben. Und ich kriege doch ganz gut ein Gefühl dafür, wo vielleicht was ist. Zum Beispiel eine Tür. Das ist schon stimmungsvoll. Und vor allem auch ein bisschen mehr los. Der Vorraum ist allerdings leer. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge mal ein bisschen die Straßen hier von dem Ort unsicher und dann schauen wir da mal weiter. Bis denn! Und dann...